Willkommen zu euch zu AfterBuff! Alle gute Dinge sind 3, ich bin auch wieder dabei! Es reicht! Oh mein Gott! Outrageous! Okay, wir machen jetzt mal eine Mahlerrunde mit Eden! Ich bin wirklich spannend was wir für geile Scheiss kriegen! Wir haben den Pokeball! Yes! Und der Flush! Fang ihn ein! Warte! IJUH! 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 We got you! IJUH! 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 Ah, Eden hat nur 2 Items! Ja, 1 Passive und 1 Active! Und halt dann unterschiedliche Herzanzahl! Ich muss eigentlich damage! Joker! Schade! Äh... Geht! Ich habe gerade dieses Auge an der Wand! Wärme wäre so bedrohlich! Okay! Äh... Nope! Nein! Nein! Ein bisschen! Wichtig! Wie viel haben wir eigentlich? 18 Uhr! Ja, okay! Ich habe noch Zeit, dass die Quattel ist! Die Quattel! Die Quattel! Was war das Bord? Äh... 20 Uhr! Die Quattel! Jetzt werden wir da mal umdrehen! Hä? Das ist gleich wie dieser Baron! Ja, aber da ist halt der Unterschied, ähm... dass man zu vier... viermal am Tag! Ja! Wenn man davon einmal am Tag macht, kann es eigentlich den fangen? Naja, trotzdem kann man doch nicht einfangen! Ja! Da ist ja auch ein ordentlicher Traum! Ja! Der Kasten passt gleich in hier! Ja, ich bin wirklich aktiv! Das ist toll, was wir tun haben! Ja! und... Und?! Ja, das Koning hat gleich in hier! ja... Ich habe ihn so springen lassen, dass er dann einen Millimeter vor der Wand war und du konntest auch noch stehen. Und stirbt. Korbjörn, stirbt. Na, mach schon. Ja, 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 ja. Mein Damage ist outrageous. Jetzt kannst du Damage abhalten. Kaffeeinpille. Pille! Wer gab's? Yes! Win! Warte, du hast es. Ich habe ja alles, was ich brauche. Wir haben Pokéball! Geh mir Arsch euch! Neues erstes Stadtgebiet kommt. Das neue erste Stadtgebiet kommt. Burning Basement. Ja. Ja. Jo. Hau zu allo Agba. Hast du eigentlich die neue Band gefordert von Jukiko? Nö. Ich habe Jukiko hier für lange hier reingeschaut. Ich habe die stärkste Geschehen-Karate, die man immer in jedem Deck spielt raus kann. Welche? Den Exe-Turm, bitte. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht angefangen. Ich glaube, beim nächsten Mal kann ich das Band jetzt auf den Landeskalt-Sitz werfen. Und dann kommt der frei und kämpft für mich. Also eine geilere Anlehnung an Pugmund ist echt nicht. Die solltest du dir noch einmal verletzt. Nein. Weil der eine der da ist. reality-D-Elehnung an. Er wird von dem auftragen. Wir lieben dich! Ja! Das war dann... Oh! Oh, tonne. Das war dann... Das war doch ihr das Item. Oh, cool. Das war schon noch. Ah, die bewegen sich immer gleichmäßig. Okay. Ja. Was ist das? Jo, es geht schon. Echt? Okay, wir haben es gerade verkannt. Warum? Was ist in Euphorie drüber? Achter deine Augen. Moment. 2 Diamonds. Lose, itchy, tasty. Wie geht das? Mit Steuerung gedruckt halten. Ich habe recht gedruckt. GG. GG. Los! 1 v 1. 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 2 v 1. 2 v 1. 2 v 1. Ihr solltet gerade echt mal meinen Gesichtsausdruck sehen. Ich wurde noch nie in meinem Leben von diesem Spiel. So derbe verarscht. Stimmt ja vorher, als wäre das normaler Schaden oder so. Wird es einfach komplett getötet. Ey, jetzt im Ernst. Wie das am Außer-Flop? Komm, restart. Ich glaube, du fällst da normalerweise aus dem Raum raus oder so. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Ja, das kann sein. Was ist das immer für eine Alp? Äh, das ist super, oder? Der Sektiv? Ich kann Soulhats zu einem Headscontainer machen. Ich glaube, dass es das passt wie vor ungefähr. Genau. Weil 3 Soulhats werden zu einem Headscontainer. Das kann ich nicht mehr so machen. Warte, das war's. Warte, das war's. Ja. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. We just fought. Hide, please. Ich nehme Hide, please mit. Hat ein gutes Purspotential für Bosse. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Drive by by immortal friend. Wir sind ja schon mal geändert. Ja, genau. Mann, die ist so gut. Also, am besten ist eigentlich wirklich hier, ähm... Oh, wie heißen die Viecher normal? Oh, wie heißen die Viecher normal? Hier, diese grünen Viecher da, die die Bomben werfen. Guck mal. Danke. Was passiert? Brai Baby. Raft & Brai Baby. Danke, Larry. Das sind nur Projektile, die sie auch sagen. Oder auch ein Raft & Brai Baby. Bei Baby. Ähm, Projektile werden auch geantwortet bekommen. Guck mal. Guck mal. Ähm, mit dem Bereich von Mikonomik am Endeffekt. Wahnsinn. Keine Ahnung. All stats up. Nein, das ist eine Lüge. Nicht all... Alle. Hm? Das ist echt gelogen. Jetzt sind nicht alle. Tears wird nicht erhöht. Oha. Aber dafür wird Damage Summler. Also einmal um plus 1 Damage und dann kommt mal 1,5 Damage Voltapliger dazu. Yes. Das ist auf Judas voll stark. Oha. 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 Es ist echt so, ich hatte auch keine Bombe. Zwei Bomben bitte. Zwei Bomben bitte. Das ich mag nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht was ich jetzt nicht mehr... Ich weiß nicht mehr nur, ich weiß auch nicht mehr, ich bin die Spawner. Also auf die Zelfelfelf wäre. Warte mal, da oben waren noch Bäume, die will ich nochmal absuchen. Ich brauche Bomben. Irgendwie hat es dir. Ich liebe Curse of the Males. Willst du mich verarschen spielen? Nein. Oh mein Gott, bester Raum. Re-Porter. Auf der Wurf. Du kriegst ja eine Bombe, weil wir gegen deinen Boss... Wird schroffen. Nein, nein, eine Bombe kostet im Schopf 5. Jetzt sollte ich nicht eingehen. Dache! Nein. Nein. Oh, das war von uns. Devin, 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 Devin! Le Devin! Ich hab keine Ahnung nochmal was das gemacht hat. Das ist auf jeden Fall. Ja. Da ist diese... Oberhorn. Ja. Das bräuch ich eigentlich noch hier... Dingens. Gab ich's Po. Ich bin dauerhaft ne Wure. Das klingt irgendwie falsch. Das klingt verdammt falsch. Da war es ein Mensch. Ich. Das was war jetzt nicht. Ich bin... ...ich bin. Mach mal. No, die andere. Ne, die andere. Warum? Drei Martin! Rababi! Ein trockener Wagen. WTF? Das ist ein Inkurus. Speed up. Speed up. Explosion. Explosion durchschreiben. Wo? Was haben die denn schon? Den anderen Logis? Ähm, die fokussieren dich auch manchmal, halt ja, wenn die so auf den Zug setzen. Und halt, die entlösen, als die von der Sterben zu. Die ist auf. Genau. Ist das hier echt nichts? Einfach nicht. Ich war mir schon drauf oben wohl. Das traut sich nicht. Nur für Goldtruhe. Gold oder was? Ist das ein Schlüssel? Tumor, Tumor, Tumor. Es braucht aber noch einen Item Room. Ohne den gehe ich nicht weg. Das ist doch doch schön. Äh, er loomsieht sogar jetzt mittlerweile. Kann man da was bleiben? Äh, Dr. Fetus deckt sich jetzt mit Z-Bombs und so weiter. Okay. Das heißt, wenn äh, du Dr. Fetus einsetzt und Z-Bombs hast, explodieren die und direkt danach kommt dann nochmal äh, der Tränen-Effekt. Einfach in der Träne aufgetoppt. Das ist richtig im Waff. Der Tränen-Effekt. Der Tränen-Effekt. Der Tränen-Effekt. Der Tränen-Effekt. Sehen die anders aus? Jaja, die haben halt so ein Kreuz drauf und dann was dunkler. Sollen wir mal so was tun? Äh, ich schau mal ob ich nochmal irgendwann eins finde. Duak! Mini Duak! Duak of death! Alter, du bist schon so gefahren. Bombsarkey! Jo! Vor allem wenn du jetzt nur eine Bombe hast. Superlast! Ich hab mir jetzt die Kerstin gespielt. Die Arme kamen. Nehmt es aber mit. Das würde man raus ja weniger. 16. Ich sehe hier voraus. Seko-Drum. Easy. Yes! Money. Full Dam. Wie ist das so definiert? Money-Gleich Damage für was? Pro Münze 0,04 Damage. Also bei 9 Münzen gibt es so. Das wird aufgerundet auf 4 Damage. Ja, das ist auch breit aber. Oh nein! Danke Dry Baby. Wie werde ich das nur jemals überleben können? Ich weiß es nicht. Ich hab schon so viel Schaden bekommen. Er ist nicht. Nee! Warum hast Yummy Hard aktiviert? Das war ein Missklick aber egal. Meat. Damage nicht wieder. Geht überhaupt noch Damage ab? Äh ja. Damage kann man weiter steigen. WTF? Ich hab's halt von den Pimmel abgefangen. Was? Das war halt Kackstuhle. Keine Ahnung. Mann! Da! Hier ist doch einer dieser Tinted Rocks. Der hier. Der ist das Dunkle und auf dem Kreuz. Wenn ich jetzt einmal so mache, dann auch Aqua. Und jetzt hier kommt das Brothar. Und eine Bombo. Magic! Ich hab's nicht mehr gelernt. Ich hab's nicht mehr gelernt. Ich hab's aber die anderen Steine kaum mit. Oder es war nur eine kleine Variable. Äh, wie meinst du das jetzt? Ich hab's ja auch da was Glock an den normalen Steinen. Äh, nur bei... Wenn du das Dunkle und Rocky Rock hast. Dann komm nach Münzen drauf. Das hab ich mal. Und ich hatte dann, äh, dieses, äh, eine Münze gleich. Ein Damage im Raum. Und doch der Trick. Joll. Ich hab's immer 99 Münzen. Wenn ich mir Balls brauchen, hab dann einfach... ...ein paar Leitungen gespielt. Und? Balls of Steel. Balls of Steel. Das war Speed Down. Ja. Ja, trotzdem noch 4 HD oder so. Hm. Das werden wir auch so bewandelt uns eigentlich nicht. Ich bin mal unten. Ich bin so ein Eye-Set-Frau. Was macht das? Die fliegen da? Oder ein... Mal auf Akron? Mal auf. Oh. Werd. Werd. Werd! Kill ya. No. Aber hier noch kein Item rune. Oh. Item rune. Oh my god. Nein, das Dashes. Time to jerk. Jerk. The Jerks. I'm sick. No. Das ist... Irgendwann stein hier. Gehe ich hyper-check. Nicht gefällt, versteinert er. Ausgleich kann ich nicht so fadab viele Items. Ich werde dann immer hier ein bisschen aufkommen. Möre ich auch. Also wenn ich jetzt hier im Spiel oder bei mir? Oh mein Gott, der war so unglaublich scheiße. Was ist hier? Nope. Was machst du? Ich gehe da kein Risiko ein. Ich weiß nie, was das ganze Cliff Rewalt... 6 oder was? Ja, es gibt aber noch ein zweites. 6 und 1 war das glaube ich. Yes! REN! Weiß ich was jetzt geht? There's options, more options! We stocked, never ending store! Never ending store? Ich gebe auf? Das ist was neues da. Oh ok. Ne, ich dachte, dass wir jetzt eine Sammelkarte haben. Ne, ne. Ne, ich nehme aber lieber... Ähm, hier. Der hängst mir mit ganz wenigstens einmal fliegen. Keine Hoffnung! Der Musk. Da, da, da. Und, oh. LOL. Ich könnte jetzt SaveHP abnehmen oder neue Item. Neue Item. Mr. Dolly. Und Ranger Tearser. Das war so Wurf. Ah, du schaust die items auf Platinum, äh Gott... Gott noch, oder? Ich weiß, sie hat eine Map oder Platinum, Gott? Ja, okay. Yes! Dave! Look at the Map! I know all! Das ist jetzt für immer? Ja. Das ist ein Teil von The Lost. Ein Wurf. Oh, jetzt hört den 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 Wurf. Der Wurf ist eigentlich krass geworden, wenn du mal nichts größer hast. Hm? Ich darf nur eine Wurf. Ja. Mach Schlüssel für Schlüssel. Ich glaube, da muss ich nicht beinhalten. Oh, Entschuldigung. Alla Wacker. Ich weiß, dass du nicht wirst. Ja. Du hast so beides gespürt. Ein Prozent von Zedell. War das wohl? Ne, waren sogar zehn Prozent. Für den Raum, oder einem? Für die Seben halt. Warte mal, ich verkünd' mal. Oh, ich muss mich doch nicht abfacken. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt Stopwatch drin. Ich hätte gedacht, da wäre jetzt Stopwatch drin. Neck one only gone. Neck one. Supposed to be bad. Oh? Ja. 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 Ja, du kannst ja schon direkt in der Bande nicht gehen. Ja. Janusz wird schon mal rechnen. Ja. Ja das war es jetzt. Ja. Ja. Das ist ein Rissenbogen, oder was ist das mit Wohlsein? Also, ne ne, das macht nix, das macht nix von der Deko. Hm, die Maske! Kämpfen die sich jetzt? Ja, das hast du ja auch gesehen, ja. Ja, die Maske ist aber ein bisschen broken. Ja, das ist es, die verfolgt dich einfach. Ja, die Maske hab ich in dieser Zeit richtig Schwierigkeiten. Ja, das ist es, das hab ich ja auch schon versucht. Oh, da war der Weg. Oh, da war der Weg. Ja, okay, jetzt ist der Tor. Mit ihm, du vier Kuss. Ich bin ein schönes Mädchen. 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 Okay, gut. Soll ich eigentlich nicht mehr voran? Hm? Ja, mach das auch nicht. Jetzt hat man gleich in meinem Hauptling, gleicher Raum wieder vor. Nein, da sind ja eigentlich nicht so einander. Alle machen. Nö. 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 Gibt aber auch echt verdammt viele Neuereisen. Wichtig, ich hab's doch noch dazu. Ich hab' mir Angst. Nö. 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 Das wollte ich überhaupt echt ein bisschen mehr Münzen. Wie viele Autometer hab ich das eigentlich immer noch vor, aber was hat's denn? Soll Blupf Ja, das haben wir echt kurz eingebaut, finde ich Ja, bitte schweiß drauf Ja, ja, ja Money Das sind die 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 Was ist so ein Der Die 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 Ja, aber ich gucke es nicht weg. Ja, aber ich gucke es nicht weg. Ich gucke es nicht weg. Nein? Musst du? Puh, mein Gott. Und dieser ist der Schotter bei Distrusset. Ich gucke, ich bin schweif und ich kann damit nicht mehr eifern. Ich gucke es. Wow, das ist ein Geist. Hey, Chosie. Chosie fang. Yes. Anwurf. Nein. Obwohl Blast hier ist. Little Chubby. And Little Curry. Hallo Akpa. Hallo Akpa. Boah. Das ist Epic. Das ist Epic. Das ist richtig OP geworden mit Blast. 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 Ja, das ist richtig. Aber du triffst einfach mit allem der Lippe. Aber du triffst einfach mit allem der Lippe. Aber du triffst einfach mit allem der Lippe. Nee. Brawny. Brawny tot. Dark ode. Dark totes. Bluff? Rude. Nichts Dark one. Mit Schatz auf, wenn du... Bäh. Double kill. Was ist das? Ne, Torn auch nicht. Nein. Flop. Flop. Alter, du kannst mir nicht sagen, dass Z-Bombs plus Epic nicht OP ist. Hallo, geht. Flop. 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 Ich hab eigentlich selber damit gemacht. Ja, ja. Es sei denn, ich habe hier Fibromani, dass ich keinen Damage voran bin. Genau. Wo ist es denn da kommen? Das ist aber zu ziemlich der Beschissenste. Aber ich muss auch klein. Ah, ich muss noch ein klein. Alle warten. Yo, bloß. Was ist denn da? Warte? Ich habe die Turtles. Hä? Ich habe die Turtles. Ja, ja. Klasse. Nein! Nein! Fingal 2. Jetzt. kacki georgi gestand auf kacki was ist das? das bagel nice fruitcake jetzt hast du Regenboden-Effekte bei deinem gay tap warte was war das? du warst irgendwelche Effekte vor schluss tap tap oh my god gg dead man dieser mann ist so geil ich hoffe dass du dich nicht damit selbst umschluss ah ich bin Profi ala ho lol lol du hast du hast du hast das du hast du hast du hast du hast Hä? Leute, wir sind wohl noch querliegen. Ja. Lack ab. Ich leuchte. Ah ja, ich muss einfach nur gerade auf. Hier noch nichts weiter. Ich weiß nicht was. Das war halt schon so blöd dieser Runcut. Ah. Leute, da war gerade diese Magic Schatz. Easy. Add this horse, man. Gotted. Wiegel. Ich häng die Wiegel mit. Ja. Gotted. Gotted. Das letzte Mal, wo ein Devil hier auftaucht. Oh, wir geben dir Gotted. Gotted. Also. Mom is hard as an Interkill. Also is. Boah, vielleicht kommen wir zu der Hatsch. Hm. Alle. Aber das ist nicht so einer, der mal ähh. Ähh. Also mal die Tür kaputt. Ich mach das nicht so wirklich. Hallo wie. Steamchill. Das Spiel gibt es nicht mal Steam, aber okay. Ja und? Okay. Ich glaube, wir müssen mal aufpassen. Ich bin über aufgepasst. Was passiert eigentlich nur Brimstorm hast? Ich will's nicht wissen. Oder wird das beoverlade? Also generell, ähm. Epic Feet is Overlade Brimstone. Das weiß ich. Also draußen Raum. Ja jo, du willst ja mal schnell sein und dann das. Und so geht's auch. Da darf ich Schnupfchen rufen. Das ist so. Das ist so. Gimme die. Goddam. Batterie. Boah. Das ist so, was ich gesehen habe. Das ist so. Das ist so. Boah. 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 Stil? Na. Pheromones. Pheromone? Nee. Nee. Ich hatte ja damals erstmal eine längere Zeit Pheromone mit Hormonen verwechselt. Waren wir doch richtig Pheromone? Hormone sind doch Hormone. Oder? Mein Pheromone sind halt die Teile, die zum Beispiel die Bauern bei Kühen benutzen, die anfangen zu ficken. Halt damit die ihre Kühe besser produzieren können, sag ich mal. Das ist eine Pheromone, oder? Nee, nee, da gibt's auf jeden Fall Unterschied, das weiß ich. Das ist so Imba. Flop. Ich brauch eigentlich einen Herz. Danke. Oh mein Gott. Was? Das ist so Imba. Ich weiß, dass halt vieles Tank hier ist. Ja, ja. Okay. Oh nein, das ist Feature Protection. Das ist die Nabe-Schmur. Der 1er im Spiel ist, hat 12. und jetzt? Parallelanalysis noch mal und Parallelanalysis LEN gehen wir den nächsten mal ok zum Thema tanking brauchst du diesen einen if one takes your life ja ja um l we want to be so so das ist das das ist das Gebiet von Saraj das ist der Mega Stands 2.0 lol das ist alles voll weg das ist alles voll weg das ist direkt jetzt zum Gegner oder wie? äh kann ich kann ich es gehen? also danach noch Café Drill und oder ja Hölle ö mamsbra sende oh mein Gott das ist nur senden pfff what? gg 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 gd gg 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 Ja, mach ich auch. Das ist auch nicht so, wie ich hier das hängt, ne? Hat er noch was? Äh, ja. Was ist das? Das ist sogar die übelste Pussy-Methode vom Herrn, aber... Ich geh so lange davon ab. Ja. Ah, also eben war er vielleicht echt hier, Digga. Ich weiß nicht, ob er sich umgesetzt hat. Ich geh einfach mal an. Sorry, mein Baby, take so viel. Was? I can't all these, all these projectors! Brrrr! Hier? Damn it! Also die muss ich eigentlich anfangen auszuweichen, weil das viele Schüsse werden. Ich geh drüber weit weg. Ich geh drüber weit weg. Dive it! GG! Dive it! Edens Blessing has appeared in the basement. Kannst du mal weitergehen? Ja, ja. Was zählt jetzt als Win? Das zählt eigentlich als Win? Du hast quasi... Aber du hast jetzt das Icon auf I, das du es geschafft hast. Ja, ja. Das habe ich jetzt freigeschaltet. Guck! Also er meinte jetzt hier... Hast du überhaupt eine Mauszeiger? Äh, Mauszeiger kann ich hier drin nicht... Oder? Wenn du nicht... Vielleicht... Na. 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 Schade. Auf jeden Fall... Die Tränen da. Unten links. Neben der Pause. Neben der Pause. Dieses Gesicht einfach unterhalb. Genau. Ja. Okay. GG. Einfach wie du aussiehst. 31 Minuten! Wie du noch hinter aussiehst! Das sind Kinn! Alter! Schau dir mal hier diesen Fleck an! Nein! Alter! Hab ich den Turm weggewellt? Isaac easy! Isaac totally easy! Ist das noch viel Turm jetzt? Oder wie ist das? Äh, das war bei der Chest! Alles fehlt da, wenn Isaac besitzt! Ja! Wolle ich hier gucken? Alter, was für ein Arzt so gelöst! Kenntigen wir! Nein! Ja! Hilfe mir! Tschüss! Nein! Okay! Jetzt! Schlüssel! Alter! Ich hoffe, du hast gewonnen! Oh! Das ist so imber! Ich hab' den Klingel ge... Ich hab' den nicht ausgewischt! Ich hab' den nicht ausgewischt! Ich könnte ja nicht ausgewischt! Ich hab' den nicht ausgewischt! Ich hab' den nicht ausgewischt! Hm, brauch' noch ne'n Explosion haben! tot! LOL! 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 Was ist das? Was ist das?! Im Karpig-Bug! Dann fack! Dann fack! Best run in your best! Der Mann ist so geil! ürlich! Und ich hab' den verbrühen! Ich hab' eine kiste, die Giant Megatear anbauen! Moment! Soll halt! Ne, pflegen! Genauso gut! Dreifache damage von meinen Schüssen! Hallo für mich! Das ist so... Wie viel hält Isaac aus? Wie sagt sie mal? 3 Äh Heul doch Äh Das war der härteste Isaac-Fight aller Zeiten Joink Jetzt was kriegst du noch? Fire Damage Was ist das? Das war sie los Und jetzt kommt schon mehr Damage Ist diese Sniper? Also das ist auf jeden Fall Damage schon ab Ich hab meine Hände nur weg von den Luftfurturen ne Aber Leute müssen sich dann immer wieder neu auswählen Das ist sauer Kannst du versuchen? Ja 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 ich geh mal weiter nach Ich glaub du mir noch da GG Make it Ja 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 im Sense man. Tue ihm an der Wackfolle. Jo Leute, das ist jetzt auf der Mitte. Gut. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.